Ich werde die Versammlung erstmal eröffnen, weil ich denke mal, es kommen vielleicht noch ein paar Leute, vielleicht kommen auch keine Leute. Wir warten erstmal. Ich werde vorab erstmal die Auflagen vorlesen, die wieder mehr sind. Kein Alkohol, keine Waffen und keine Pyrotechnik. Dann wie letztes Mal, da müssen wir ein bisschen, ja, Obacht geben. Wir benutzen heute wieder, trotz Widerspruch, den rechten Fahrstreifen. Also wir haben den Widerspruch eingereicht, wurde zur Kenntnis genommen, aber abgelehnt. Und wir hoffen, dass wir das nächste Mal wieder beide Spuren nutzen können. Es geht um die Sicherheit unserer Teilnehmer, also sprich um euch. Nicht dadurch, dass wir jetzt hier beide Fahrstreifen nutzen können. Wie gesagt, rechter Fahrstreifen. Guckt, wenn Autos vorbeifahren, ja, dass ihr nicht erwischt werdet oder so. Ja, und weil die Polizei sträubt sich wirklich von hinten den Verkehr zu regeln. Na, zu regeln schon, aber Apfelsperren. Ja, ansonsten ist die Versammlung erstmal eröffnet. Und wir lassen jetzt ein bisschen Musik laufen, sammeln uns noch ein bisschen. Und ich denke mal, dass wir dann so gegen, ich denke mal so, was hat die Uhr? Ja, so 07. Also 10 Minuten ungefähr. Geben wir dann los. Okay. Ja.